Hallihallo, Marvel 1972 von MFG. Heute unterwegs im T-54 LT, russischer leichter Panzer auf Weinberge. Ich habe hier die Aufgabe, Speed machen, Gegner outspotten und von meinem Team zusammen ballern lassen. Ich habe mich jetzt hier bei dem Setup vom Gegner entschlossen, mal so ganz vorsichtig in die Stadt zu fahren. Die IS-3, KV-4, Tiger, Jagdpanther, Patton, Conway. Ich könnte mir vorstellen, dass die hier in der Stadt so ein bisschen abchicken. Und ich mache wirklich Stoff hier mit knapp 70 kmh hier oben drauf. So, ich habe eine APCR drin, weil ich denke, da kommt ein Heavy da vorne irgendwie. Ich bin schnell, viel früher als die und genau so ist es. Schön gekettet war der, hat er gesehen. So, ich muss mich jetzt hier verpissen, weil das ist zu viel. Ari und Wedaci. Tschüssi und Kowski. Erstmal weg. Der Jagdtiger hatte 672 Schelle gefressen. Nach meinem Lieber Schuboschinski. So, jetzt geht es weiter. Also die sind ja alle in der Stadt. Und da gibt es eine ideale Position. Und zwar hier in der Mitte. Kleiner Jump. Und von da aus kann man a. cappen und b. schießen. Und das ist ja immer illegal. Und das ist das, was wir gerne hören wollen. Er ging direkt durch ihre Panzerung. Ja. Und ich schieße in die Erde. Echtmal. Egal. Und der will auf mich schießen. Frechheit. Gleich nochmal gekettet. Probiert immer die Ketten zu ziehen von den Jungs. Rap-Kit wird gezogen. Und es kann sein, dass ihr dann Unterstützungs-Schaden kriegt. So, jetzt stehen wir hier. Ab und zu mal. Ich habe immer nochmal wieder resettet. Ich muss jetzt mal weiter oben bleiben. Um hier jetzt auch mal den Cap-Druck zu machen. Jungs, da habe ich einen verpasst eben beim durchfahren. Das war nicht so gut. Hallo Tiger. Was machen sie denn hier? Aber jetzt kriegen die beim Crossen gleich Doppeltfeuer. Boom. Boom. Wenn es gut klappt. Mal gucken. Schauen wir mal. Eins. Zwei. Zerplatzt. Und der steht da. Das war ein Fehler eben von mir. Ich hätte auf den IS schießen sollen. Das war echt doof von mir. Aber schieße ich eben oben in den Turm rein. Je nachdem, wie er den Wannenwinkel hatte, bin ich ja eben schon nicht durchgekommen. Kriegen wir da noch einen? Nein. 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 Aber hier. Zerplatzt. So, jetzt sind ja drei Stück. Wir sind zu zweit hier. Heißt, zwei sind dann nur von uns. Jetzt wird es also höchste Eisenbahn. Ich habe erst überlegt, ob ich durchkäppe oder so. Aber ach, was für ein Blödsinn. Quatsch. Schießt der auf mich? Frechheit. Ich täusche an. Schlage in Haken. Fahre durch. Quetsche mich durch. Boom. Erstmal die ISO weggespringen. Drücke unten einen rein. Fahr drumherum. Und. Kaboom. Ja, das wollten wir hören, dass ich das gegnerische Fahrzeug ausgeschaltet habe. Gerne. 2.600 Schaden mit so einem Leid. Weinberge. Kann passieren. Hier nochmal kurz ausführlich. Verursachter Schaden durch Spielerhilfe. 1.252. Und deswegen haben wir auch 2.113 EP-Punkte gekriegt. Oder ohne diesen Bonus etwas über 1.000. Das ist schon mal für so ein Gefecht. Ganz anständig. So. Ich mache Winke, Winke. Und sage Gute Nacht.